Was geht Leute, mein Name ist Danny Justin Willkommen back zu einem neuen Video Heute spielen wir Alte mit Chicken Horse mit... Snipes, Snipes, yo! Boah, okay, du bist ein bisschen laut, aber ist okay, ist okay Bin ich zu laut? Okay, ich bin bereit Ja, bleib ruhig, ist okay, mir gefällt das, ich mag das Oh, du magst, wenn meine Stimme maskulin und laut ist? Ja, das mag ich sehr Oh ja, das gefällt mir, ich liebe es Aber ich bin das Huhn, by the way Oh, du benutzt den Weg Ich lebe auch noch, ich lebe glaube ich auch noch Lebst du noch? Nein, ich lebe nicht mehr Nein, aber du lebst auch nicht mehr Oh, ich hätte das schaffen können sogar Wir hätten es beide schaffen können Ne, hätten wir nicht, da oben Ne, da oben muss man eine Plattform hin tun Also es ist, oh ja, oh Gott Oh nein, ich hätte auch eine Pflanze nehmen sollen Kann man auf die Pflanze draufsteigen? Ja, kannst du, ich schläge dich erstmal nach der Zeit Wenn du es dahin machst, mach ich das Es ist auf jeden Fall möglich, jetzt ist es auf jeden Fall möglich So, so ist besser Ich denke, das ist sogar möglich Oh mein Gott, oh Bäm, bäm, oh Gott Wow Ach du Scheiße Ich geh, oh nein, schaffe ich es? Ich glaube ich muss warten, bis ich Oh mein Gott, ich habe es geschafft Hallo, hallo, hallo Ich habe es geschafft, ich bin die ganze Zeit hin und her gejumpt Alter, wo bist du? Ähm, tot Du bist tot? Tod, da wohin ich Oh mein Gott, ich habe es geschafft Fast zur Hölle Alter, wie geil Okay 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 Die Musik angemacht Weil ich finde das eigentlich mit Musik viel besser Okay Wo platzierst du deine Sachen? Ah, ich weiß nicht, wo ich die platziere Ich platziere sie hin Alter, ich habe es irgendwie geschafft, ich weiß nicht mal wie Bin ich gut in dem Spiel? Du bist der Beste Danke Danke Okay, war sehr vorsichtig Boah, mit Musik ist es so viel besser Oh, komm, komm, komm Wow, das ist heftig Die Pflanze ist richtig heftig Geschafft 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 Oh mein Gott Alter, der Oh nein Ich lebe, ich lebe Lebst du noch? Nein, ich bin tot Ich bin tot Ich bin auch tot Warte mal Nein, nein, keine Sorge, ich habe es noch geschafft Hä? In einem Run läuft er da durch Ich habe es noch geschafft Okay, alles okay? Alles ist gut Alles ist gut Okay, du redest so wenigstens weg Du bist heute so still Irgendwie das Was? Ich konzentriere mich auf Ah ja, okay, okay Bam Ich hasse diese Map, by the way Ich hasse sie Magst du die nicht? Ja, aber ich habe die genommen, weil ich hier ein Item war Weil ich ein neues Item Deswegen Bam Okay, pass auf Wir müssen das Item da oben bekommen Deswegen habe ich die ja genommen Ich bin runtergefallen Oh, du hast ein Problem, Alter Alles gut, alles gut Oh, du bist rot Oh, wow, Alter, oh nein Ernsthaft? Ich bin einfach so runtergefallen Das ist ideal für mich, vor allen Dingen, ich habe Underdog Ich bekomme sogar noch extra Punkte, Bitch Ja, das stimmt, das stimmt Hast du wirklich Underdog? Ich habe Underdog, ja, okay Schon nach zwei Runden ist es relativ schnell Ja, das stimmt, lassen wir irgendwas bauen, dass wir nach oben kommen Oh Gott Dein Ernst Okay, ich kann nichts anderes nehmen Boah, ich packe das Eis hier hin, das Eis da ist fies, glaube ich Oh, gute Idee, gute Idee So kriegen wir das teil Ey, gute Idee, Alter Respekt, Respekt für die Idee Bam Okay, vorsichtig Oh, Leute Was zur Hölle, ich bin direkt ein Ziege gefallen Oh mein Gott Ich habe nicht gesehen, dass du Ich dachte, ich falle auf das graue Rohr Oh mein Gott Ach, du Scheiße WTF Was ist gerade geschehen? Was ist gerade geschehen? Ich weiß es auch nicht Ich weiß es auch nicht Nein, 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 nein Äh, oh, waaah, was, 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 tired of you? Wieso kleiner? Nein. Die sehen anders aus, die Treppen, oder? Sie sind doch immer noch riesig. Nein, ich finde die anderen, ich finde die anderen, die sehen anders aus, irgendwie. Nein! Oh mein Gott. Ach, du wolltest das teilnehmen? Ja klar, ich wollte auf die Treppen springen. Okay. Bäm. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich habe mich gerade nicht selber ermordet, oder? Wow. Ich habe mich gerade nicht selber ermordet. Oh, wir waren beide gerade so miesstum. Oh nein, das war so dumm. Okay, dieser Ohr hat gefällt mir gar nicht. Ich werde das so machen. Ich wollte schon schwerer machen, Mann. Ah, scheiße, sorry, Mann. Wenn wir die nächste Bombe haben, können wir sie einsetzen. Kommt man eigentlich auf dem Wasserstrahl stehen? Ja, das geht, das geht. Oh, das ist gut, dann kann man das als Verlängerung benutzen. Aber denkst du, wir schaffen es? Soll ich es riskieren? Nein, ich habe das nicht. Ja, riskierst du dich damit tun, ne? Ja, ich verstehe schon. Ja, klar. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich lebe das Leben. Nein, sag mir, du bist gestorben. Ich will gestorben. Meine Chance, meine Chance. What? Komm schon, Alter. Sehr schön. Nein, ich lasse ich nicht gewinnen. Diese Map verwirrt mich gerade extrem. Ich mag die Map nicht mal. Okay, ich werde mal einen Fall aufstellen. Vielleicht kriege ich aber Fallenpunkte. So, das ist gut, das ist gut. Oh, okay, das jetzt übertype, weil ich mit der Scheiße gemacht hast. Ja. Wenn man da hinten steht, ne? Warte, ich denke gerade, wenn du jetzt da oben stehst bei der Pflanze, ne? Du musst dir warten auf die Pfeile. Oh mein Gott. Ja, ich stehe dich doch auf die Treppe. Nein. Okay, warte, ich muss jetzt warten, muss die Kamera wieder unten. Ich will einfach nur gewinnen. Ich kann doch nicht los springen. Wann geht die Kamera nach unten? Siehst du es unten? Siehst du es unten? Alter, okay, das ist... Okay. Wow. Wow, warte mal, du denkst mal noch? Ey, du kannst in den Dings springen. Das war gut, yo. Das war Hammer. Okay, jetzt viel Spaß, ne? Ich weiß nicht, ob ich deinen Weg nehmen möchte. Welchen sonst? Oh Gott, was tust du da? Wir machen Next Level Tuck Life, okay? Okay, okay. Du weißt schon, dass du gerade alles aufs Spiel setzt. Dein schöne Schau. Oh mein Gott, das Eis! Oh mein Gott. Das Eis. Krieg ich jetzt Fallenpunkte eigentlich, weil ich das Eis erplatziert habe? Ich glaube nicht, weil mich im Endeffekt meine Falle getötet hat. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das Eis hat mich ja nur zum Ausrutschen gebracht. Boah, das war der Hammer. Aber du weißt, was ich geplant habe, oder? Ja, ich weiß, was du geplant hast. Ich habe jetzt die Bombe genommen. Ich weiß aber nicht, wieso ich die Bombe genommen habe. Ich will irgendwas wegmachen hier, aber irgendwie gefällt mir die Map ganz gut so. Nein, nein, die Map ist geil. Mach nichts weg, mach nichts weg. Ja, du hast recht, irgendwie... Stimmt, die Map ist der Hammer eigentlich. Okay? Nein, 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 ich runterfallen, ich runterfallen. Okay, ich gehe nach oben, ich gehe nach oben. Sicher, dass du da lang gehen willst? Ja. Bin mir so richtig sicher gerade. Ich sehe gerade nichts. Oh mein Gott. Ich muss wieder warten, bis die Kamera wieder unten, das Mann das nervt. Ja, okay, bin oben, bin oben, bin oben. Kann ich... Oh, shit. Wo bist du? Das geht nicht, schade. Wo bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Ich war genau dazwischen. Alter, Digga, du warst am führen. Ich weiß, dass ich am führen war. Du machst den kompletten Lead kaputt, Alter. Obwohl, warte, ich bin noch im Underdog-Modus. Das ist alles gut. Ja, jetzt bist du... Ja, okay, du kannst auch einen holen. Boah, noch eine Pflanze. Ich liebe die Pflanzen. Die sind so geil. Wow. Da oben wirklich? Ja, das macht es richtig schwer. Okay. Ach du Sche... Wow, du hast es gerade so scheiße schwer gemacht, ne? Oh mein Gott. Wow, wow, wow. Leck mich am Arsch. Leck mich wirklich am Arsch. Die Pflanze macht einfach Panik wie Scheiße. Ja, macht sie auch, macht sie auch. Man sieht, wie die Kacke ausholt. Oh, leck mich mies am Arsch. Oh nein. Nein. Ich habe nur auf die Pflanze geachtet. Das wäre mein Sieg gewesen. Das war von beiden Seiten. Das wäre mein Sieg gewesen, Alter. Der Scheiße muss wehgetan haben. Extrem wehgetan. Das ging so in mein Auge, weil ich meine... Weißt du, dass ich gerne hätte jetzt ein Portal. Weißt du, wieso? Oh, ja. Dann ist man sich nicht sicher, wo man auskommt. Okay, wenn das nächste Portal da ist, lass uns das nehmen. Und da reingehen und gucken, wer Glück hat und wer Pech hat. Okay, okay. Das ist zufällig, oder? Das müsste dann relativ zufällig sein. Okay, ich mache den hier, um es ein bisschen einfacher zu machen. Ich liebe die Map, wie sie gerade aussieht. Sieht voll schön aus mit den Blumen. Wow, Mann, nein. Hör doch auf, da rein. Oh, mein Gott. Die Pflanze, die nervt so mies. Ja, tut sie auch. Wie kann eine Pflanze so mehr... Oh, mein Gott. Nein, ich wollte erledigiert von der Pflanze. Ey, ich habe es geschafft. Was? Ich tanze. Wo tanzt du denn? Du tanzt nicht immer noch. Doch, ich tanze unten. Du tanzt unten? Sag mir nicht, du hast es geschafft. Irgendwie schon. Oh, mein Gott. Ich wollte erledigiert von der Pflanze. Ey, wie kacke ist das? Ich habe das Ziel ganz knapp anscheinend bewührt. Oh, mein Gott, du hättest jetzt eingeholt auf die gleiche Punktzahl. Nein, oh, mein Gott. Ich bin nicht nur um die Pflanze, hat mich eliminiert. Ich war, ich habe irgendwie... Wie beschissen ist das? Ja. Warte, wie hast du es geschafft eigentlich? Weiß ich nicht. Mit den Zepten, ne? Sorry, sorry, Mann. Sorry, Mann. Ist das dein Ernst? Ja, ja. Ist das ein Scheiß? Das ist doch ein zu einfacher Weg, oder nicht? Hm, hm, hm. Ist das so viel zu einfach? Hey, das bringt doch gar nichts. Das wird jetzt die ganze Zeit... Okay, wie auch immer. Bäm. So bringt das nichts, ey? Weil ich das so sage, du Loser. Bäm. Okay, danke, Schatz. Bin oben, bin oben. Oh, das ist das... Oh, mein Gott. Jetzt übertreibt man deine Lage nicht. Das bringt wohl was, siehst du? Jetzt übertreibst du deine Lage, Alter. Huh. Nein, ich bin tot. Nein, nein. Ich flieg's nicht hin. Ich flieg's nicht hin. Das ist meine Chance. Das ist sowas von deine Chance. Das ist meine Chance, bitch. Okay, das ist sowas von deine Chance. Okay, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Alter. Das ist echt hart. Das ist heftig. Aber ich muss nur warten, bis das Ziel unten ist. Oh, mein Gott, ich laufe vorbei. Du hast jetzt schon Probleme. Das Ding ist, man will einfach nur durchlaufen vor der Pflanze. Ja. Aber dann läuft man manchmal zu weit. Komm her, bitch. Komm schon. Bitch, okay. Die wird mich hier nicht schlagen, oder? Jetzt wird mich zu weit weg. Oh. Guter Spot, guter Spot. Was? Wusste ich gar nicht, dass du da stehen kannst. Wann kommt denn das Ziel runter? Jetzt. Nein, nein, nein. Oh, wow. Das war deine absolute Möglichkeit, um einzuholen. Ich konnte ja nur schätzen, wann das Ziel weiter runterkommt. Aber das ist jetzt nicht die letzte Runde, oder? Doch, das war es meine letzte Runde. Nein, du hättest gewinnen können. Das war einfach nur... Ich konnte nur schätzen, wann dieses scheiß Ziel runterkommt. Ich glaub's gerade nicht. Okay, wir sind zurück. Mit Eisberg. Und, äh... Oh, ich hab die... Ich hab zuerst genommen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich gerade haben wollte. Okay. Ich platzier's hier. Alter, kann es sein, dass ich auf einer extrem absoluten Winstreak bin momentan? Bei dem Spiel? Was? Ja, irgendwie schon. Achso, bei dem Spiel, ja. Also, so eine richtig kranklange Winstreak. Hast du sie auch dann da vorgessen? Also, nicht von Ultimate Chicken Horse. Ach, du meinst von, äh... Du meinst von anderen Spielen? Ja, ich will nicht spoilern. Du meinst von Shellshock? Oh, wow. Dankeschön. Ja, okay. Aber ich meine jetzt in dem Spiel natürlich. Ja, ja. Das kann sein. Ja. Zu einfach keine Punkte. Ich muss mir... Oh, eine Pflanze. Geil, 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 geil. Warte, die Pflanze könnte... Ah, stell die weiter nach unten. Stell die nach unten. Dann haben wir unten, Mitte und oben. Stimmt. Belastende Tests. Ja, unten kommen wir dann nicht hin, ne? Unten kommen wir dann nicht hin. Doch, na klar. So, ich platzier sie hier. Ich platzier sie hier. Wow. Ich liebe es, wie ich es aussehe. Guck mal, mich da an. Tanz mal. Tanzen? Wie tanzen wir nochmal? Ah, du spielst mit dem Controller. Ja, ja, ich hab vergesst, wie man tanzt. Oh, mein Gott. Oh Gott. Das Eis, das Eis war einfach so kacke. Ja, hattest du auch so viel Panik gemacht? Ja, klar, ich bin nach hinten gesprungen. Alter, krass. Okay. Oh, war das ätzend. Ja, das war richtig ätzend. Okay, ich hab, ich hab neues Item. Das platzier ich... Platzier ich aber hierher, nicht egal. Hm, wir müssen... Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall noch ein bisschen schwerer machen. Es kann nicht sein, dass die Eis-Teile das einzige ist, was uns töten kann. Wir müssen weiter vorne stehen. Weiter vorne. Wenn wir hinten stehen, kommen wir diesen scheiß Eis-Teil. Ich hab echt Angst, Alter. Ich auch. Okay, ich springe einfach. Ich springe einfach. Holy shit. Bitte, bitte. Oh mein Gott, war das knapp. Alter, wir sind fast gestorben. Das war richtig knapp. So einfach keine Punkte. Ich hätte so mies verkacken können gerade. Oh, noch eine Pflanze. Ich nehme die Pflanze. Ich hab gar nicht bekommen. Jetzt wird's intensiv. Warte mal, ich hab gar nicht... Doch, ich hab direkt die Pflanze gesetzt. Jetzt sind drei Pflanzen. Wow, okay. Wow, krass. Ja, das wird jetzt schwer. Jetzt wird die mehr intensiv. Aber ich hab nämlich wirklich gezielt. Die war einfach da. Okay. Ja. Das ist mancher Merkwürdig. Manchmal ist das ein Bug. Manchmal buggt das Spiel nämlich. Das wird Hardcore jetzt. Oh, das ist echt ätzend. Oh mein... Nein! Oh mein Gott. Nice, nice, nice. Das Eis hat mich jetzt hoffen. Tschüss. Okay, GG. GG. Ja, GG. Das war das erste Mal, dass wir ans Ziel kommen. Also, wo einer einzeln ans Ziel kommt. Ja, ja. Ja, GG. GG, Sniper. GG. Was willst du mir damit sagen? Nichts. Einfach nur, dass du wunderschön bist. La, la, la. Bam. Das weiß ich auch. Das sagt immer. Ich will dir jeden Morgen. Ey, ich liebe Heu, ne? Heu? Ja, ja. Wieso Heu? Weiß nicht. Das macht mich voll happy. Guck mal, Sniper. Ich tanze. Guck mal. La, la, la. Wie ein Baby. Oh mein Gott. Ey, es kann nicht sein, dass du es auch schaffst, oder? Hier kann ich gucken, wie ich... Warte. Hier. Hier. Was? Reaktion, wow. Cool. Okay, Leute. So nah dran. Hierher. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Information. Ich überlege. Okay, fuck. Okay. Dann überleg mal. Es muss noch eine Möglichkeit geben, mit dem Controller zu tanzen, oder? Na klar. Vielleicht mit Select oder so. Okay. Oh ja. Das liebe ich. Du brauchst doch gar nicht tanzen. Das braucht man nicht. Quarzig, Soße, sing nicht. Wenn ich tanze. Tanze. Yay. Tanze. Okay. Ich weiß jetzt schon mal, was ich mit Sicherheit nicht mache. Ich will wirklich wissen. Warte. Vielleicht Select. Nein, ich select nicht. Star Star auch nicht. Danny. Danny. Ja. Ganz schlechte Lane. Oh mein Gott. Ganz schlechtes Atmosphäre. Ich hab's geschafft. Ich auch. Oh mein nein. Oh mein nein. Das ist hinter dir. Es kann nicht sein. In der Mitte stehen. Wie schaffst du es, dass du die ganze Zeit überlebst? Heavy, schaffst du das? Oh. Erster. Nein. Yes. Okay, wie platziere ich das? Quarzig, Soße, sing mich, wenn ich tanze. Tanze. Oh, das geht durch die ganze Map jetzt. Pass auf, das wird richtig gestört. Bitte macht den Fehler. Oh, schade. Was denn? Ich dachte, ich fliege da drauf. Oh mein Gott. Kein Problem. Du bist nicht der Einzige. Oh mein Gott. Ich bin tot. Was? Ja. Joll. Was zur Hölle? Du bist unten einfach durchgefahren fast? Ja. Meine Pfeile haben mich getötet. Deine eigenen Pfeile. Deine eigene Pfeile. Ja. Es ist voll schwer. Es ist richtig hart. Es ist schwer, wirklich. Ich hab einen perfekten Weg normalerweise. So. Aber der ist auch nicht gerade einfach. Was ist denn fein? Ja, das sag ich dir jetzt bestimmt. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Ich tanze hier gerade noch. Sing nicht Quatsch mit Soße oder ohne Quatsch mit Soße? Quatsch mit Soße, sing nicht, wenn ich tanze. Oh nein, ich bin tot, ich bin tot. Mein Gott, nein. Ach du Scheiße. Alter, was für einen Weg willst du nehmen? Ich hätte es geschafft, ich hätte es geschafft. Was für einen Weg willst du bitte nehmen? Das ist ein richtig einfacher Weg. Ja, du ermordest dich aber selbst damit. Nein, das war einfach nur... Lalalala, schneide, liebe Steuern, Bibi. Ey, jetzt mach es nicht zu einfach mit dem Trampolin. Ja, okay. Warte gut, ich mach einfach den hier. Bitte, bitte. Mann, willst du wirklich was wegmachen? Nein, eigentlich nicht. Nee, irgendwie nicht, ne? Ich scroll, ich hab grad ein bisschen überlegt, ein bisschen rumgescrollt. Ey, nein, ich... Boah, ich seh jetzt, dass das Portal... Ich hab's nicht gesehen sonst. Ja, aber das Portal bringt ja nichts. Nicht? Nicht? Nicht, Bruder? Hä? Kannst du mal wegnehmen von meinem Weg? Oh, bin tot, bin tot. Loll, 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 ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Bin tot, ich bin... Oh mein Gott, du hast echt ein Problem. Denkst du, dass du überlebst du? Nein, wow, nein, echt nicht. Ich hab, ich hab einfach in dem Moment gerade so Panik. What the fuck? Wie hast du das nicht? Ich hab keinen Plan, wie ich das überlebt hab so lange. Alter, krass. Ah, diese... Oh, ich muss auch einen holen jetzt. Ich muss jetzt einen holen. Hast du das gerade gesehen? Nein. Du wirst es in der Aufnahme sehen, aber das sah halt aus, als ob die Pflanze das Schiff zurückgeschlagen hat. Echt? Weil die Map ist gerade respored und das Schiff automatisch nach hinten gefahren und die Pflanze hat gerade geschlagen. Ah, okay. Ich hab's nicht gesehen, leider. Was zur Hölle? Okay, ich will es ein bisschen einfacher machen, weil wir schaffen es ja definitiv anscheinend nicht. Doch, doch, wir schaffen das. Wir brauchen uns nicht einfach so, Mann. Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen. Fast jetzt schon. Oh. Nein. Ich rutsche da runter. Ich rutsche da runter. Okay, wieso nimmst du den schweren Weg, wenn es da oben so einfach nicht geht? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich weiß, wo ich lang soll. Oh, Mann. Ich muss nur weiterkommen. Bitte, bitte. Es nervt so hart noch zwei Runden. Ich halte meinen Weg hier eigentlich für so einfach, aber irgendwie packe ich es die ganze Zeit nicht. Ich muss es... Nein. Das brauchen wir nicht. Das macht es doch zu einfach. Das ist doch egal. Was heißt, es macht zu einfach? Das ist Schwachsinn. Ja, aber... Ja, dann mach es doch, wenn es zu weit weiß. Okay, ich mach es. Okay, ich mach es. Okay, ich mach es. Okay, warte, warte, warte kurz, warte kurz. Ja, okay, ich warte. Okay, ich bin da vorbeigerutscht, aber wäre ich normalerweise auch das ganze Gelände, hätte ich es geschafft. Siehst du, eigentlich, guck her. Guck her, das meine ich. Oh, nein! Okay, deine eigenen Sche... Wow. Wow. Das muss dich jetzt richtig anpissen, oder? Extrem. Ey, kann ich da Münze legen? Na, kack auf die Münze. Aber sonst gleichstands. Oh, nein. Ich bin da so enttäuscht, ne? Ja, genau, dein kleiner Affe, alter. Du scheiß Affe, alter, ernsthaft. Das ist... Ja, ist nur die Wahrheit, ne? Das macht es wirklich zu einfach. Ja, ich hasse dich gerade. Zum Schluss. Aber die Map nervt gerade so, komm mal ein bisschen da ran. Oh, Gott. Ah, scheiße. Okay. Ja, das war doch kack, Alter. Das kann ich nicht mehr benutzen. Ja, es ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Das war doch nicht die letzte Runde, oder? War das die letzte Runde? Hä, wie wird das gar nicht mehr angezeigt mit letzter Runde? Das steht da gar nicht mehr. Ja, aber das stand doch zwei Runden noch. Das stand ganz genau zwei Runden noch. Okay, das war es mal für das Video. Vergesst nicht zu werten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017